Hallo und willkommen zur nächsten Folge des Corpus-Tutoriums, in der wir uns anschauen möchten, wie man die einfachen Abfragen aus der letzten Folge verbessern kann. Dazu werden wir im Laufe der Clips ein paar einfache Ausdrücke kennenlernen, mit denen sich die Anfrage auf sehr kleinem Raum sehr flexibel gestalten und ausbauen lässt. Zum Einstieg machen wir das für einen Nomen, im nächsten Clip machen wir das dann mit komplexeren Verben. Wir starten CQP und laden das BNC Baby und hier habe ich die Tab Completion aus der letzten Folge verwendet und in genau der letzten Folge haben wir ja auch mit einer Abfrage House gearbeitet. Ich wiederhole diese Abfrage also und bekomme dafür 1625 Treffer. Das Problem ist jetzt, dass diese Abfrage das Wort Haus offenbar nur im Singular findet und wenn ich durch die Ergebnisliste durchblättere, dann bestätigt sich der Verdacht. Warum ist das so? So wie die Anfrage formuliert ist, ist das eine Anweisung an CQP, genau diese Buchstabenkette und nur diese zu finden, also greift das Programm hier auf die orthografische Variante im Corpus zu. Ich kann also mit dieser Anfrage und ihren Treffer nur Aussagen über die Verwendung der Buchstabenkette Haus machen. Was aber, wenn ich auch die Pluralform Houses mit einbeziehen möchte, nun könnte ich natürlich einerseits zwei separate Anfragen machen und sie hinterher zusammenwerfen. Das wird aber bei Lämmers, die mehr als zwei Formen haben können, schon ziemlich aufwendig werden und man denke zum Beispiel an Verben, die meistens vier Formen haben oder im Falle von B zum Beispiel bis zu elf, also wenn man da auch noch die kontrahierten Formen wie M, S oder R mit einbezieht. Um also auch den Plural des Lämmers Haus zu finden, denken wir kurz darüber nach, was denn Haus von Houses orthografisch unterscheidet. Natürlich wird für den Plural ein S angehängt, also wenn ich sowohl Haus als auch Houses finden möchte, und zwar in einer Abfrage, dann müsste ich CQP sagen können, dass ich Buchstabenketten suche, die mit Haus beginnen und ein optionales S am Ende haben. Glücklicherweise gibt es so einen Operator, der CQP genau das sagen kann, nämlich das Fragezeichen. Das Fragezeichen hat hier also eine Funktion, nämlich anzuzeigen, dass das Zeichen, hinter dem es steht, optional ist, also dass es da sein kann oder auch nicht. Und wenn ich dann so meine Anfrage formuliere, also H-O-U-S-I-S mit Fragezeichen, dann heißt das so viel wie, finde alle Buchstabenketten, die mit Haus beginnen und dann ein S haben können, aber nicht müssen. Und wenn ich dann die Enter-Taste drücke, dann finde ich 1977 Treffer, also 352 Treffer mehr als in der ersten Abfrage. Wenn Sie diese Trefferliste jetzt durchgehen und sich die einzelnen Treffer genau im Detail ansehen, dann finden Sie ab und an auch Verbverwendungen von Haus oder Houses. Und wenn man diese Kategorien dann voneinander trennt, das sehen wir in einer späteren Folge. In den Clips dieser Folge beschäftigen wir uns mit Operatoren und ihren Funktionen, wie man sie kombiniert und flexibel einsetzt. Das Fragezeichen ist ein Operator. Wir lernen aber auch ein bisschen, das Auge zu schulen und über die Frage nachzudenken, was man denn finden möchte und wie das im Verhältnis steht zur Frage, was man gefunden hat. Zum Einstieg haben wir das hier für ein simples Nomen gemacht und wie man das für ein Verb machen kann, das mehr als zwei Formen hat, das sehen wir im nächsten Clip.